Guten Morgen von der BOT 2020. Wir stehen hier am ganzen Stand und wir haben Kühlboxen. Ich habe hier unsere PX Boxen mit 35 und 45 Liter. Der große Vorteil, wir können den Deckel beidseitig öffnen und den Deckel sogar abnehmen. Beide Boxen sind Energieklasse A++. Unsere kleinste Box hier, 12,24 Volt, relativ schmal, 1,25 Liter Flaschen gehen hier rein. Geht bis minus 18 Grad. Eine ideale Kühlbox. Unsere Top Preisschlager hier mit 400 und 410 Euro. Kompressor Kühlboxen auch mit dem Dampfer Säckerkompressor drin. Laufen 12,24 Volt und haben eine Vorrangschaltung für 230 Volt. Das hier ist die stärkste Kühlbox auf dem Weltmarkt. Siri Kühlbox. Hier gefreht der Vodka. Die Box hat minus 37 Grad. Bei 50 Grad außen macht die immer noch minus 20 Grad. Mit 12 Volt. Weiter haben wir andere Chromstahl Kühlboxen. Und unsere Neuheit hier ist eine Kühlbox mit zwei Temperaturen. Einzel ansteuerbar. von plus 10 bis minus 18 Grad. Auch 12 Volt, 24 Volt und 230 Volt. Weiter haben wir unsere Kühlschränke. Hier sind sehr viele Optionen möglich. Ich verweise hier. Wir haben immer Kühlschränke mit dem Kompressor extern. Dieser Kompressor können wir die Leitung verlängern. Standard ist 1,5 Meter. Auf Wunsch bis zu 10 Meter. Weiter sind die Optionen von Kupplungen möglich. Und dann haben wir hier wahlweise mit Eisfach. Und hier der gleich große Kühlschrank. Aber hier sitzt der Kompressor dahinter. Und hier ohne Eisfach. So haben wir mehr Platz im Kühlschrank. Hier gibt es verschiedene Größe von 42 Liter bis hoch zum 130 Liter. Haben wir hier an der Messe im Boot ausgestellt. Ich wünsche euch einen schönen Tag von der Boot 2020.